Na, das ging ja schnell. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch gesehen habt, weil ich eventuell davor war, aber ich habe gerade eben einen Sonnenuntergang laufen lassen und musste feststellen, ja, unsere Frau Elis ist direkt schon mal schwanger. Was hat sie eigentlich für Merkmale? Sie ist barmherzig und abgebrüht. Ja, das muss sie auch sein, nach dem, was hier mit Bufo widerfahren ist. Okay, sie ist jetzt schwanger. Das ist faszinierend und äußerst erbaulich, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Ich will allerdings noch mal ganz, ganz kurz mal überprüfen, was sie selber eigentlich so kann. Da ist sie, da ist sie. Sie ist auch mit Ausstrahlung gesegnet und ein verdammt guter Vogt. Sie ist auch verdammt gut im Handeln. Und es ist eigentlich sehr, sehr witzig, wenn man so drüber nachdenkt. Also eigentlich ist die Dame multifunktional einsetzbar. Aber egal, also sie ist jetzt schwanger. Was kann man sich da noch großartig beschweren? Eigentlich gar nicht. So, komm, wir machen jetzt hier mal diese Questarmee von Wilderern nebenbei. Okay, ich habe gehört, dass ihr möglicherweise Angelegenheiten eine Hilfe benötigt. Ja, komm, das machen wir. Ich würde im Allerliebsten halt etwas Größeres halt irgendwann mal auch mal plündern dürfen. Und danach machen wir auch noch dieses Versteck, wenn es geht. Einfach, dass wir so richtig schön Asche scheffeln können. Okay, wir warten hier bis zur Nacht. Jetzt hat es sich ja erledigt quasi de facto. Mit der Schwangerschaft, weil sie läuft jetzt bereits schon. Okay, Footmen sind hier. Die Armbruchsschützen sind hier. Ich denke, das wird ihrer Schwangerschaft keinen Abbruch tun, wenn sie die Kavallerie führt. So, was soll da schon schief gehen, denkt sich der Bufo. So, mein geliebtes Purzelchen, lasst uns doch mit den Männern an die Flanke der Gegner reiten. Oder so ähnlich. Ich habe dich so gerne in meiner Nähe. So, gucken wir mal. Ich glaube, dass die Kavallerie das wahrscheinlich schon easy peasy gleich clearn wird hier. Oh, oh. Oh. Mal alle hier runter bringen. Irgendwie. Warum muss das hier alles so steil sein? Ja, jetzt sind sie da. So, meine lieben Reiter. Rollt über sie drüber. Und unser Verhältnis zu denen hat sich verbessert. Wir haben selber zum Glück keinen einzigen dabei verloren. Das ist gut. Und trotzdem 71% jetzt hier gemacht. Oh, nice. So, Kavallerie steigt auch auf. Die Wilderer. Die Wilderer. Ich nehme die mal mit, weil die könnte man jetzt für die eine oder andere Quest gebrauchen. Leder haben die hier. In Galen verkäuflich. Nice. Den Rest lasse ich für die Truppen liegen. Das ist denn die Brotkrumen, die wir ihnen hinwerfen. So, was hat der jetzt hier noch? Äh, Banditenversteck in der Nähe. Ja, das nehmen wir auch an. Bufo kümmert sich darum. Er zeigt seinen Männern, wo es ist. Und die machen das dann. So, wir warten bis hier wieder bis zur Dunkelheit. Das dauert jetzt halt echt wieder eine Weile. Wir machen gerade überraschend wenig Kohle. Na gut, es liegt aber einfach daran, dass unsere Truppen so teuer sind, ne? Das ist halt das Ding. Also, wir lassen wieder angreifen. Äh, und ich bin echt am überlegen, ob ich... Ich nehme mal wieder fünf von denen. Und traue es denen jetzt tatsächlich zu, dass sie das vielleicht sogar hinbekommen. Jetzt muss ich erst mal angucken, wie da oben jetzt hier das Kräfteverhältnis ist. Ich glaube, die packen das, ja. Männer, holt sie euch. Tut es. Tut es, äh, für, äh, Bufo. Und seine Familie. Für unseren Wohlstand. Und euer Mindestgehalt. Das selbstverständlich von mir selbst festgelegt wurde. Deswegen heißt es ja auch Mindestgehalt. Okay. Zum Glück sind die keine richtigen Fernkampf. Oh Gott, das sind vier Stück auf einmal. Aber die haben zum Glück so gut wie gar keine Panzerung. Und deswegen gehen die unglaublich schnell down. Und das war auch nicht sehr gut. So rein von der Struktur her des Kampfplatzes für sie. Das hat dann in der Stelle dann doch, äh, meine Männer leicht bevorteilt. Oh, nochmal drei. Dass das hinten raus relativ wenig sind. Auch da machen die... Also diese Art von Räubern bekämpfe ich sehr gerne, äh. Was hat das zu bedeuten? Warum lauft ihr so komisch? Ach, wahrscheinlich, weil da drüben nichts ist. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja, ich denke, ihr bekommt das schon hin, ne? Ich kann, glaube ich, weit hinten bleiben an der Stelle. Ich finde es schade, dass man das nicht automatisch macht. Okay, man könnte es natürlich auch durch, äh, verbündete Helden machen lassen. Aber ganz im Ernst, ich weiß doch jetzt schon, dass da durch Ledemenge Leute, äh, hops, gehen dann in der eigenen Truppe. Und da ist es dann, Bufo, dann halt dann doch ein bisschen zu teuer, permanent neue Truppen auszubilden. Da ist er dann doch lieber soweit und macht das Quäntchen Arbeit, um, äh, zu überwachen, dass nichts schief geht. Und wenn was schief geht, um dann eingreifen zu lassen. Oh, das sind wieder eine Menge. Uh, und das sind vor allem jetzt dieses Mal echt keine Naps. Männer, äh, packt diese Schurken. Packt sie, packt sie. Denn ich packe sie nicht. Wir haben einen Mann verloren. Zwei, drei Männer verloren. Diese Wurfspeere. Warum muss ich eigentlich selber jetzt hier ausweichen, Männer? Ich prangere das an. Ja, zwei Tote. Zwei Feldwebel. Das ist uncool gewesen. So, aber sechs Level-Ups. So gesehen hat es sich dann doch wieder gelohnt. Äh, ein Wilderer. Nee, mit den Wilderern kann man ja gar nichts anfangen. Ähm, die nehme ich auch mal ganz, ganz kurz mal an mich. Ey, wenn diese Räuberbanden halt wenigstens mal irgendwie etwas Sinnvolles hätten. Aber die sind ja arm wie eine Kirchenmaus. Muss man dazu sagen. Die rechnen sich ja null. Hier gibt es wieder Oliven. Nee, will ich nicht. Dann auf nach Jakulan. So, also gut. Hier werde ich das Leder leider nicht so zu höheren Preisen los. In den botanischen Rossharnisch auch nicht. Was ist dieses botanische Hobby? Nee, das nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, da gibt es einen anderen Ort, wo wir dafür mehr bekommen. In Galen hieß es, dass wir dafür vermutlich wieder etwas mehr bekommen. Oh, jetzt machen sie endlich mal wieder ein bisschen mehr Plus. Ja, die Werkstatt-Einnahmen funktionieren wieder. Ich will mal gerade mal gucken, ob ich dafür auch XP bekomme. Wir haben momentan 4769. 4769, wenn ich jetzt eins davon raushaue. Nein. Nicht doof. 4961. Nee. Also, weil ich keinen Gewinn gemacht habe. Äh, also. Wir müssen auf jeden Fall Gewinn machen, sonst gibt es hier gar nichts. Hier mal nach Charas. Charas war immer gut für Gewinne, weil die da nichts haben. Ist so meine persönliche Erinnerung an diese Stadt. Die haben gefühlt einfach nichts. In Diatma haben Rebellen zu den Waffen gegriffen. Ah. Bier. Na, das hilft dir nicht gerade weiter. Die haben aber auch wieder Streitrösser. Also, ich kaufe noch mal dieses eine Streitrösser. Und noch mal drei Schlachtrösser. Was soll's? Dafür haue ich jetzt dieses botanische Hobby da raus. Mh, den Rest machen wir nicht. Butter, Datteln, Trauben. Ich bin am überlegen, wie wir das machen. Ich glaube, ich werde jetzt mal eine ganze Schafsherde oder sowas in der Art und Weise einfach mal kaufen. Wenn sie günstig sind. Und dann auch einfach mal schlachten. Und auch Schweine, weil dafür bekomme ich ja auch Leder. Das möchte ich mir jetzt mal näher anschauen. Also, wenn die da jetzt hier richtig günstig sind, dann mache ich das jetzt mal. Ja, für 33. Also gut, ich kaufe mal eines. Und schaue mir jetzt mal an, was mir das Ding bringt. Also, wenn ich die jetzt hier schlachte. Bekomme ich ein Fleisch, ne? Wir haben gerade eben kein Fleisch. Und ein Leder. Oder? Ne, ein Fell habe ich bekommen. Okay, das lohnt sich aber. Ohne Witz, das lohnt sich ja mega krass. Ich kaufe jetzt hier die Schweine auf. Wir gehen jetzt hier in die Massenschlachtung. Kann ich auch hier noch die Viecher kaufen? Ohnein, er wird schon wieder angegriffen. Bei Veran. Ist er schon wieder gefangen genommen worden, der Versager? Ich hoffe es nicht. Ich gucke mal, was passiert, wenn ich ein Schaf schlachte. Also, wir haben momentan keine Wolle. Wir haben ein Fleisch. Und wir haben ein Fell. Das bringt uns auch Fell. Aber keine Wolle. Aber ganz im Ernst, das lohnt sich trotzdem. Also gut, wir haben mich verklickt. Wir machen jetzt hier mal eine Massentierschlachtung. Bub. Bub. Das will man nicht gesehen haben. Auf nach Charas, wo wir das alles jetzt hier loswerden. Oder warte mal. Kann man gerade mal gucken, ob ich hier noch eine Quest machen kann? Eskortiert eine Karawane. Armee von Wilderern. Ne, das ist nicht das, was ich gerade tun will. Dann gehen wir nochmal kurz nach Jakulan. Ich halte eigentlich gerade eben diese Verbrecher nur die ganze Zeit zurück, damit ich mit ihnen noch etwas Sinnvolles machen kann. Genau, so was die Bande braucht Rekruten. Reden. Ja, ich stelle mich vor. Er braucht Leute für harte Arbeit. Ich werde diese Rekruten für euch finden. So, also die Aufgaben besagt. Ich sage, dass die Rekruten benötigt. Er braucht zwölf Plündere oder Banditen zu bringen, die ihr für euren Trupp rekrutiert habt. Ja, ähm, wir haben jetzt schon mal drei. Wir haben schon mal drei. Es werden mehr werden mit der Zeit. Aber erstmal gehen wir nochmal nach Charas. Oder ist es immer noch so, dass das Fleisch da gut weg geht? Das Fell. Angeblich geht das Fell hier ganz gut weg, ja. Weil das ist ziemlich cool jetzt hier. Habe ich eigentlich nochmal gelevelt in der Zwischenzeit? Ne, immer noch nicht. So, Handel. Was? Das scheint ein völlig normaler Standardpreis zu sein. Was mich gerade eben ein bisschen schockiert. Okay, dann muss ich nochmal ein bisschen durch die Gegend laufen und gucken. Dann muss ich nochmal gucken, wohin das Ganze jetzt hier führt. Sargot vielleicht? Okay. So, das ist ein bisschen irritierend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm. Ne, die fangen 51. Fell. Wer braucht denn Fell? Keine Leinenweberei. So viel ist sicher. Ich bin nämlich gerade mal am gucken, ob ich dadurch jetzt hier vielleicht eine neue Art von Geldmaschinerie vielleicht entdeckt habe für mich. Das wird sich aber gleich noch zeigen. Erst wenn ich sehe, ob ich dafür XP bekomme. Und wenn ich einen Ort gefunden habe, wo wir mit dem Fell etwas anfangen können. Oh, sag mal, haben wir wieder 1800 gemacht. Das ist nice. Ich muss gerade mal gucken. Läuft der noch rum? Ja, der läuft noch rum. Sehr gut. Jetzt hätte ich angefangen, mir Sorgen zu machen. Äh, Handel. Das ist ja überall der gleiche Preis. Okay, ne, 44. In Garland erhalte ich Leder. Angeblich ein Sargot für 274 verkäuflich. Hä? Aber warum wird mir das nicht richtig angezeigt? Es wird mir einfach nicht grün angezeigt. Und das macht mich gerade ein bisschen fertig. Eskortiert eine Händlerkaravane. Überteuertes Rohmaterial. Also, wir gehen wieder nach Sargot. Ich glaube, in Sargot ist der Ort. Ähm, bei der Gelegenheit kann ich noch mehr Truppen mitnehmen. Das möchte ich sehr gerne tun. Noch mehr Kavallerie. Ja, mehr sparen wir uns gerade eben. Wir sind halt so ein Panzerreiter hier, ne? Da machst du nix. Jetzt haben wir schon sieben. Das wird... Da bin ich gerade guter Dinge. Bufo-Level auch schön fleißig den Späher weiter. Also gut. Ja, guck mal hier, Leder hier. Das ist ja sehr viel mehr. Den balle ich jetzt hier auch gerade eben nochmal raus. Das Fleisch geht hier ganz gut. So, hat das jetzt Punkte gegeben? Ja, und zwar ganz ordentlich. Sehr gut. Ähm... Das bedeutet für uns, dass wir jetzt nochmal nach Iakulan zurückkehren. Zu gucken, dass da auch nochmal was los werden. Ich muss jetzt aber auch demnächst nochmal weitere Nahrungsmittel kaufen. Weil wir verbrauchen auch gerade eben schon... Also wir haben de facto nur noch ein paar Trauben und Fleisch. Okay. Ähm... Wie viele haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir schon acht. Aber acht reichen nicht. Ich brauche für diese Quest zwölf. Also gehen wir nochmal ganz, ganz kurz nach Pravend. Warum nach Pravend? Weil wir nochmal Getreide herbekommen. Da kann ich wahrscheinlich Getreide so billig herbekommen wie sonst nirgends. In der Zwischenzeit fressen sie mir das Fleisch weg. Das ist ja jedes Mal komplett außen rumlaufen müssen. Okay, also... Hier gibt es ja Getreide en masse. Ganz im Ernst, das können wir sogar jetzt hier wieder im großen Stile verticken. Der Fisch für zehn ist auch spottbillig. Also für acht kaufe ich das hier ordentlich ein. Beim Fisch gucke ich jetzt nur mal, dass ich jetzt nicht auf elf hochspringe. Oder nicht über elf. So, der Wahnsinn. Jaja, okay. Das passt so. Ja, mal dummerweise ja jede Menge Fleisch. Bier haben sie ja auch. Ähm... Silbererz. Wein. Angeblich in Sargott verkäuflich. Ich will dieses Fell einfach nicht los. Das nervt mich gerade eben so ein bisschen. Pufro hat wieder Speer bekommen. Wenn ihr eure durch Steppen oder Ebenen bewegt, habt ihr eine Chance, um ein Reittier zu finden. Was? Öh, die Tragekapazinierte Last hier um zehn Prozent. Jäger und Sammler verringert den Nahrungsverbrauch beim Durchqueren von Steppen oder Wäldern um zehn Prozent. Die Dauer der Erholung vom ungeordneten Zustand wird um 15 Prozent reduziert. Das ist sehr mächtig. Natürlich ist er ein Jäger- und Sammlerfreunde. Wobei... Eine Chance täglich. Jeden Tag fünf Prozent. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, das hier bringt mehr. Jäger und Sammler bringt definitiv mehr. Wir nehmen den Jäger und Sammler hier. Weiter geht's. Äh, dann gehen wir wieder nach Sargot. Beziehungsweise nach Jakulan. Erstmal nochmal nach Jakulan. Jetzt kommt schon die letzten paar Männer hier. Könnten sich jetzt auch mal an uns gewöhnen. Da wurde ein Kind geboren. Äh, hä. Jetzt sind wir schon bei neun. Bufos Panzerreiter. Jetzt sind wir schon bei zehn. Geil. Äh, Pundle? Ja. Dreizehn für den Fisch. Ja. Elfes Getreide. Das ist in Ordnung. Ja, mehr mache ich hier nicht. Mehr mache ich auch hier nicht. Das war leider nicht so lukrativ wie gedacht. Jetzt kann ich schon mal einen Teil dieser Männer eventuell mal abliefern. Oder will ich alle abliefern? Ne, ich will alle auf einmal abliefern. Wir gehen nochmal eine Runde nach Sargot. Ist immer schon bei elf. Wenn wir dort zurück sind, dürfte es passen. Wie viel Zeit habe ich denn noch für diese Quest? Vor sieben Tagen. Also wie gesagt, wenn diese Quest nicht scheitert, dann ist es einfach nur behämmert. Weil wir hatten diese Typen halt schon, ne? Fisch für zwölf? Ne. Hier kann ich das Fell letztendlich mal ein bisschen loswerden. Hat das auch Punkte gegeben? Ne, nicht wirklich. Also es scheint nicht zu funktionieren. Es scheint nicht zu funktionieren, was ich mir gedacht habe. Das ist gerade ein bisschen ernüchternd. Also diese Strategie, die Tiere zu schlachten, geht nicht auf. Aber es war ein Versuch wert. Okay, dann haben wir jetzt hier diese zwölf Heinis. Alle rekrutieren. Das senkt die Moral der Truppe gerade eben ganz gewaltig. So, wir reden mit ihm. Ja, ja, ja. Wir haben die Männer mitgebracht. Wo sind sie denn? Da unten sind sie. Döp, 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 döp. Fertig. So, fertig, fertig, fertig. Handwerker können hier Zeug nicht verkaufen. Das ist uns gerade eben relativ egal. Äh, Oli... Oh Gott, die haben hier so viele Oliven. Dann mache ich immerhin jetzt hier nochmal einen guten Oliven-Deal. Öl gäbe es hier auch. Leder gibt es hier. In Garland für ordentlich verkäuflich. Komm, dann gehen wir nochmal ganz, ganz kurz nach Garland, Leute. Bei der Gelegenheit. Weil da ist der größere Gewinn drin. Es ist halt nicht mehr so leicht, das jetzt hier zu skillen, ne? Ich meine, es gibt Exploits dafür. Aber momentan... Lol. Da wurde mir mehr dafür versprochen. Aber sowas von... Da wurde mir deutlich mehr davon versprochen. Also gerade eben machen wir leider einfach nicht viel Kohle, ne? Ich muss auch mal gucken, ob ich nicht eventuell einfach die Waffen, statt den Männern jetzt zu geben, äh, wieder verkaufe. Oder nee, warte mal. Ah, ist Bufo so weit? Dass sie vielleicht doch mal selber Hand anlegt? Beziehungsweise, ich muss mal gucken, ob das nicht vielleicht einen Charakter machen kann. Jemand, der vielleicht sogar gut schmieden kann. Das weiß ich ehrlich gesagt. Na, das ist schon mehr hier. Und Oliven kann ich ja noch verticken, wie versprochen. Aber leider auch nicht so viele. Warum habt ihr so viel von all dem Zeug? Das ist mal eine, äh... Ne, das ist keine Karawane. Das ist eine Karawane. Gehen? Ich möchte dieser Karawane jetzt hier mal was aufschwatzen. Ich würde gerne etwas kaufen. Die kaufen einfach nix hier an. Es ist ein wahrer Albtraum, wie die hier nichts, aber auch gar nichts aufkaufen. Um Gottes Willen. Wie macht ihr eigentlich Geld mit dem Kram, den ihr hier Waren nennt? Ich bin geradezu erschüttert. So, okay. Wir werden jetzt auch nochmal diese Gefangenen jetzt hier gerade eben mal loswerden. Die führen wir schon viel zu lange mit uns rum. Jawohl, hier geht Leder für einen einigermaßen guten Preis. Und hier geht auch der Fisch für einen guten Preis. Ich muss aufpassen, dass es nicht unter 12 droppt. Fleisch geht hier auch ganz gut. Okay, vielleicht geht das mit dem Fleisch ja jetzt doch. Jetzt haben wir immerhin schon mal bei 105. Hm. Okay. Die Katapfrakte da hochbringen und die Edelknechte hier. Wir können wieder einen Mann mehr haben. Aber den hole ich mir jetzt nicht hier. Was habt ihr eigentlich hier noch für eine Quest? Armee von Wilderern schon wieder. Nee, ganz im Ernst. Ich glaube, wir machen mal wieder Folgendes. Da war eine Quest, wo ich wieder eine Karawane begleiten kann. Und dieses Mal schicke ich die Männer halt einfach rein. Ich glaube, sie kriegen das hin. Nee, das war ein Garland. Das war ein Garland. Denn gerade eben will der normale Handel einfach nicht so richtig florieren. Hallo, mein König. Hm. Will sich Bufo ihm jetzt unterwerfen als richtiger normaler Lord. Nee, das ist mir zu gefährlich gerade eben, ehrlich gesagt. Too dangerous. Ähm, genau das hier war das. Nee, Armee von Wilderern. Es kotzt hier dann die Karawane. Genau, das ist das, was wir jetzt machen. Das Bufo. Hier wieder mal ein klein wenig hilfreich ist. Oh, hier können wir nochmal ein bisschen Leder raushauen. Ey, ohne Witz. Ich hau jetzt das Fell raus. Auch wenn wir davon nicht viel bekommen. Wir haben noch für 300 Tage Nahrung. Das ist alles gut. Also wir warten. Bis die Karawane kommt. Und jetzt folgen wir ihr. Und dieses Mal müssen wir die Schlachten gar nicht selber schlagen. Weil ich glaube, inzwischen ist unsere Truppe stark genug. Wenn nicht, bin ich schockiert. Der hat halt echt nur zwölf Karawanenwachen. Kein Wunder, dass die angegriffen werden. Nee, der macht das garantiert, weil wir halt dabei sind. Das spart halt eine Menge. Da sind sie. Da sind sie. Wir helfen und entsenden die Truppen. Oh, wir haben einen Toten. Verdammt. Zwei Tote. Nein. Was haben wir denn verloren? Wir haben einen Bannerritter und einen Edelknecht verloren. Boah. Aber egal. Ich nehme die alle hier mit. Das Gute ist, ich kann die alle auch nochmal leveln. Zack, zack, zack. Wir werden alles jetzt einfach mitnehmen. Und weitermachen. So, jetzt müssen wir eigentlich schneller uns davon erholen. Jawohl. Wir haben es gerade gesehen. Wir haben uns ein bisschen schneller davon erholt. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt möchte ich gerade mal gucken, ob ich dadurch jetzt hier auch XP bekomme. Also momentan haben wir 380 bei Level 105. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal sage, ich hau alle Waffen da raus. Das hat überhaupt nichts gebraucht. Okay. Dann machen wir das nicht mehr. Wir machen das einfach nicht mehr. Ähm. Das ist sehr, sehr bedenklich. Hier könnte ich noch Arbeitspferde loswerden. Ich überlege mir was. Vielleicht müssen wir doch craften lassen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.